. Ladies and Gentlemen, was geht ab? Khalid Bonnour hier von der Rebellen Comedy. Ich bin heute hier in München zu einem neuen Unboxing-Extreme. Ich bin sehr gespannt, was heute hier passiert. Es ist sehr kalt. Wer ist denn? Ich dachte, der Alain kommt. Ich mache das Unboxing-Extreme. Herzlich willkommen zum Unboxing-Extreme mit Benaysa. Erst mal macht man das so. Mein Name ist Khalid Bonnour von der Rebellen Comedy. Herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Extreme. Die Tipps kannst du mir gerne geben. Aber sei ein guter Co-Haus. Okay, okay. Regie, was passiert hier? Ihr macht das zusammen. Was denn? Was machen wir zusammen? Macht ihr sauber. Müssen wir Sozialstunden abarbeiten, oder was? Ja genau, daran erinnert mich das auch. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Hast du die Betonung gehört? Das ist das Ding. Ich bin halt so extrem, ich hole die sogar aus der Isar raus. Aber wenn ich jetzt gewinne, kann ich auch wirklich das Unboxing machen. Also wenn ich mehr habe als Khalid. Oh. Du hast nichts gesehen. Taktaktakt. Gesehen innerhalb von einer Sekunde zwei Stück. Guck mal Khalid. Diese Challenge ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Du wirst noch sehen. Also hier, sowas ist natürlich Abfallgold. Das Premium-Abfall. Da freut man sich. Da geht das Müllsammlerherz direkt auf. Weil das ist schwer und groß. Jetzt ist die Tüte direkt voll. Ja? Bist du immer noch bei deiner ersten Tüte? Lass mal bitte gucken. Lass mal gucken, ob die wirklich... Ne, meine ist schwerer auf jeden Fall. Also ich weiß schon, wer das Unboxing macht. Weiß es auch. Kannst du das nicht so wie ich? Ah, das sind ja meine Isar-Helden. Du bist Hartmut von deiner Isar, ne? Ja, genau. Allein die Anzahl der Tüten und keine Ahnung. Bei ihm ist nur so komisches Papier drin. Ich habe wirklich die schweren Sachen. Ja, wisst ihr, letztendlich ist das Gewicht gar nicht so ausschlaggebend. Wenn ihr jetzt nur hier schaut, wo ihr steht, was da rumliegt, das sind die kleinen Sachen. Diese Kippe vergiftet 40 Liter Wasser. Also wenn ihr hier 100 Kippen drin habt, dann habt ihr mehr dafür getan, als wenn ihr den Pizzakarton da mitnehmt. Der wiegt zwar mehr, aber das richtet viel mehr Schaden an. Aber um das vergleichbar zu machen, kann ich jetzt trotzdem mal wiegen. Dann können wir zumindest sagen, wer vom Gewicht her mehr eingesammelt hat. 2 Kilo. 2 Kilo, genau. 2 Kilo. 2 Kilo ist schon eine ganze Menge. 2 ist nichts. Doch, das ist schon eine ganze Menge. Nichts. 2,3... Was? Ah Gott! Yes! Der hat da seine Hausschlüssel reingetan. Da legen sie seine Hausschlüssel oder sowas hin. So, hier ist es. Das schöne blaue Paket und ich darf es auspacken. So, dann legen wir mal los. Das heißt unboxen. Das Fairphone, aha. Okay, jetzt verstehe ich. Also das Fairphone 4, die Kamera und Software und alles gucken wir uns später an. Weil das Besondere an dem Fairphone 4 ist ja, dass es tatsächlich fair ist. Das heißt, Elektromüll neutral. Und wirklich richtig besonders ist, für jedes gekaufte Fairphone wird eins recycelt oder aufgewertet. Zum Beispiel hast du da das modulare Design. Das heißt, du kannst das selber sehr gut einfach reparieren. Und auch die Einzelteile, die sind halt nicht so teuer wie sonst immer. Also das... Das hast du super abgelesen. Kann ich auch. Also 70% die Materialien sind aus fairen Quellen. Die Rückseite hier, der Kunststoff, den man hier sieht, ist 100% aus recyceltem Kunststoff. Ja, und das Smartphone hat auch Gold drin. Und das ist das erste Unternehmen, das wirklich Fairtrade Gold hat. Und good working conditions unter guten Arbeitsbedingungen hergestellt. Und man hat hier 5 Jahre Garantie auf das Smartphone. Nicht wie sonst immer 72 Stunden oder so. Genau, selbst die Verpackung ist umweltfreundlich und es sieht auch schön aus. Gut, dann schauen wir uns mal die Features von dem Teil an. Und zwar hat es 48 Megapixel Kamera, also zwei Kameras und TOF-Sensor. Ja, und die Selfie-Kamera, wie viel Megapixel hat die? 25. Damit du die Kamera auch siehst. Hinten. Nice, ne? Das ist echt nicht schlecht. Alle anderen Features seht ihr. Hier. Da. Die stehen immer da. Wäre okay bei Nice, aber ist das denn jetzt wirklich fair? Also wirklich fair? Wie klar. Das ist das einzige Handy, das mit dem blauen Engel ausgezeichnet wurde. Okay, gut. Aber dass am 22.04. Earth Day ist, das müssen die Leute jetzt aber auch nochmal wissen. Wie? Das weißt du von mir. Am 22.04. ist Earth Day. Ja, das Motto kennst du bestimmt nicht. Natürlich. Investiere nachhaltig in unseren Planeten. Es ist das einzige Zuhause, was wir haben. Das ist das Motto. Das habe ich dir jetzt vorgesagt. Ja. Und man muss auch mal, anstatt nur Müll aufzusammeln, auch mal fair konsumieren und nachhaltig konsumieren. Nachhaltig vor allem. Ja. Okay, dann mach du. Also das war's auch. Ich wollte einfach nur verabschieden. Ja, dass die Leute das gewinnen können, das wusstest du jetzt nicht. Wie? Ja, weil ich immer so nett bin, verlose ich auch immer die Handys, die ausgepackt werden. Also man kann das gewinnen? Ihr könnt das werfen und viel gewinnen. Schreibt uns einfach in die Kommentare, was tut ihr, um nachhaltig in unseren Planeten zu investieren. Also, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Wir sehen uns beim nächsten Unboxing Extreme. Du lernst recht schnell.